Hallihardischen Youtube, ich bin's euer Pippo, es ist mein erstes Video auf dem GoldenTricks Kanal und ich fang mal mit einem kleinen Zeichenvideo an. Heute mache ich so eine Art Speed Painting nur nicht ganz so schnell wie die Profis. Ja, als erstes male ich so einen kleinen Hamster, der ist auch voll putzig... Da, der hält da so eine Eichel im Mund, äh, so eine Eichel in der Hand und da, der schiebt die, will die gerade in den Mund schieben und da ist die kleine Nase, mit kleinen schönen Klipsch-Augen, die süßen Ohren und dann hat er natürlich auch noch einen Unterkörper mit süßen kleinen Füßchen. Ja, und jetzt mache ich noch einen Delfin, also man sieht, meine Stärke liegt nicht bei den Tieren, aber vielleicht mache ich jetzt beim Delfin besser. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war's auch schon von mir, von Pippo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und natürlich hat auch Eddie03 mitgemacht. Der hat nämlich schöne Bilder gemacht. Und der Timbo, den wollen wir auch nicht vergessen. Und guckt auch mal im Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.